So, heute gucken wir uns mal an, wie man eine API richtig verwenden kann. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute gibt es mal ein Tutorial, aber mehr so aus architektonischer Sicht, dazu gleich mehr. Und zwar werden wir uns angucken, wie man APIs richtig verwenden kann. Wir werden dazu das Beispiel der YouTube-API bzw. der YouTube-Data-API V3 nutzen und damit werden wir gleich anfangen. Grundsätzlich, wenn ihr Fragen, Probleme oder sowas habt, wie immer ganz oben in der Videobeschreibung ist einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Hallo sagen, Fragen stellen, Fragen beantworten oder euch einfach mit Gleichgesenten austauschen. Ansonsten, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, schreibt es einfach in die Videokommentare. Ab jetzt wollen wir nicht mehr Zeit verlieren und erstmal direkt loslegen. Viel Spaß! So, als erstes sollten wir klären, an wen sich dieses Tutorial richtet. Prinzipiell richtet sich nicht an die Leute, die jetzt sagen, wir wollen die YouTube- oder die Google-API lernen. Das ist einfach nicht der Fall. Wir werden das exemplarisch nutzen, aber wir werden kein Tutorial damit machen. Das zweite Punkt ist, wer möchte, dass man perfektes Node-Backend baut. Das machen wir hier auf gar keinen Fall. Wir haben zum Beispiel kein Error-Handling drin. Wir haben keinen vernünftigen Log-Service, also ein Log-Middleware drin. Wir haben kein vernünftiges Core-Handling drin. Diese ganzen Punkte sind alle nicht vorhanden. Wir werden wirklich das Minimalste machen, was wir brauchen, um einen Node-Backend zu simulieren. Und diese ganzen Punkte sind auch nicht Sinn dieses Tutorials, sondern es richtet sich mehr an die architektonischen Fragen. Dann, wie kann ich mit einer API arbeiten? Woher bekomme ich Ressourcen? Wie gehe ich dabei vor? Welche Fallstricke gibt es? Wie kriege ich zum Beispiel Autifizierung, dass ich die API nutzen kann? Welche Probleme gibt es mit Kosten, mit Limits der API? Und wie geht man dabei vor? Was für Problemlösungen kann man da in Betracht ziehen? Und dann exemplarisch werde ich das so ein bisschen an Node.js vormachen. Das ist aber mehr so wirklich Demo-Wissen. Also ich werde Step-by-Step da durchgehen und ich hoffe, es hilft. Aber es ist nicht Sinn der Sache, danach ein perfektes Node.js Backend zu bauen oder perfekt die Implementierung der Google-YouTube-API quasi bereitzustellen. Das sind nicht die Punkte, sondern es geht wirklich um so ein architektonisches Vorgehen dieser ganzen Problematik. So, die erste wichtige Frage ist, wie wir jetzt vorgehen. Also was ist unser Plan? Wir haben verschiedene Möglichkeiten, mit einer API zu interagieren. Wir können es direkt über einen Server machen, beispielsweise über Node. Wir können es direkt aus dem Frontend machen, beispielsweise so ein Google-Aus-Login-Feld, wo wir uns einloggen können, damit der Nutzer das machen kann. Aber das müssen wir jetzt erstmal überlegen, was der Sinn und Zweck ist. Wir wollen quasi auf einer Webseite beispielsweise die Möglichkeit haben, die Google-API zu nutzen, um dort ein Subscriber-Account aktualisiert anzuzeigen von einem Kanal unserer Wahl. Was heißt, wir können nicht wirklich mit dem Google ausarbeiten, das fällt also weg. Was heißt, wir brauchen einen sogenannten API-Key. Dieser hat allerdings ein Problem. Und zwar, wenn wir den im Frontend verwenden, was heißt, wenn ihr in eurem Frontend, eurer Webseite euren Google-API-Key verwendet, dann heißt das, dass es im Frontend für jeden sichtbar ist. Umkehrschluss daraus ist, ich könnte diesen Key kopieren und damit 40 Millionen Abfragen in einem Bot schreiben und jede Abfrage kostet euch bares Geld und damit hättet ihr eine enorme Kreditkartenrechnung ab Ende des Monats und das sollten wir tunlichst nicht ermöglichen. Das heißt, im Regelfall sollte man externe APIs, wenn man nicht direkt mit einem Nutzer interagiert, also wenn sich niemand direkt bei euch anmeldet, sondern ihr quasi für den Nutzerinformationen bereitstellen wollt, sollte man das über eine Zwischeninstanz machen. Das heißt, man hat vorne sein Frontend, was das auch immer ist, ob das eine Webseite ist, eine App oder was auch immer, ist uns erstmal egal für dieses Tutorial. Wir haben einen Node.js Backend-Server oder irgendeinen anderen Backend-Dienst. Ihr könnt das Ganze auch mit PHP machen, ihr könnt das Ganze auch mit Java machen, das ist relativ egal. Und ihr habt die API, die ihr ansprechen wollt. Und dieser Zwischenstep, der hat quasi die Aufgabe für euch, die Daten aus dem Backend, aus dem API, aus der API-Schnittstelle quasi zu verwandeln, aufzubereiten und für euch perfekt zur Verfügung zu stellen. Das ist ganz wichtig, weil so ist der API-Key, also der Schlüssel zu der externen API, nur auf eurem Server. Niemand kann den sehen und niemand kann so einfach das Ganze hacken. Und vor allem ist das Schöne daran, dass man das Ganze auch noch ein bisschen cachen kann, um einfach Kosten zu sparen oder das Ganze ein bisschen besser zu überwachen, was so eine API-Schnittstelle an Kosten verursachen kann. Deswegen werden wir das so machen. Das heißt, als erstes sollten wir jetzt mal gucken, was wir überhaupt für Ressourcen brauchen, denke ich, damit wir mit YouTube starten können. So als erstes, wenn man mit einer API arbeitet, sollte man überlegen, woher man seine Ressourcen eigentlich kriegt. Was heißt, wenn man jetzt beispielsweise mit YouTube arbeitet, erstmal googeln, gibt es eine YouTube-API? Ist die öffentlich? Wie komme ich daran? Das hängt nämlich ganz davon ab, was ihr für einen Dienst verwendet. Die ganzen großen Netzwerke, also YouTube, Facebook, Instagram, alle möglichen Microsoft, Apple und so weiter, die haben große offene APIs, wo man sich meistens registrieren muss. Dann könnt ihr die nutzen und dann kosten die meistens Geld. Nicht immer, aber meistens. Und dann könnt ihr damit viele anstellen. Viele andere Programme haben auch große öffentliche APIs, die gut dokumentiert sind. Meistens findet ihr die irgendwo auf deren Webseiten und steht dann Developer oder API oder irgendwie sowas. Oder ihr googelt einfach danach. Wenn ihr das nicht findet, dann hilft es manchmal auch einfach, den Support anzuschreiben und zu fragen, hey, habt ihr eine API, mit der man arbeiten kann? Und häufig gibt es so etwas, nur die ist nicht öffentlich irgendwo im Internet geteilt, sondern man muss dann einfach anfragen und hoffen, dass die Leute einem das dann den Zugang verschaffen. Das heißt, der erste Step ist, uns eine Ressource suchen, wie wir an die Daten kommen, die wir für unsere Aufgabenstellung benötigen. Und das werden wir jetzt als erstes mal machen. So als erstes, wenn wir mit einer API arbeiten, ist das erste, was wir brauchen, die Ressource, die wir eigentlich aufrufen müssen. Hierfür bin ich auf die YouTube Data API gegangen, hier auf Channels und hier auf List. Hier seht ihr dann diese Seite und hier kann man dann auch genau sehen, okay, gibt uns eine Liste beziehungsweise eine Sammlung zurück von einem oder mehr Elementen, die unsere Kriterien matchen. Aber was für Kriterien bitte? Wenn wir hier runter scrollen, sehen wir, okay, wir können die Liste bei ID filtern. Und das Ganze ist genau das, was wir brauchen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf Try it und hier können wir diese API, diese Ressource testen. Ich habe hier einfach schon mal im Vorfeld auf meinem Kanal hier oben die ID, die können wir uns hier einfach aus der URL rauskopieren, genommen und die fügen wir jetzt hier unten bei ID einfach ein. In dem Moment können wir jetzt hier runter scrollen und wir wollen keinen aus, sondern wir wollen das später mit einem API Key machen und drücken hier jetzt auf Execute, kriegen hier 200 zurück und kriegen hier schon mein Ergebnis. Wir kriegen einen Kanal mit einer ID zurück, allerdings noch nichts, was uns hilft, unsere Subscriber zu sehen. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen runter scrollen, sehen wir hier, wir haben Required Parameters und hier haben wir das Element Part. Und hier haben wir Statistics. Und Statistics ist genau das, was wir haben wollen. Und das können wir jetzt hier oben einfach einfügen und einfach das nochmal ausführen. Und jetzt kriegen wir hier unten nämlich ein Part unseres Elements zurück und zwar Statistics. Und wie ihr seht, haben wir hier den View Count. Wir haben hier den Subscriber Count. Wir sehen, ob das Ganze versteckt oder öffentlich ist. Und wir haben den Video Count. Wir können jetzt hier auf Show Code gehen und hier oben auf HTML, äh, HTTP und sehen hier eine URL. Sehen wir hier, hier endet unsere URL. Das Ganze können wir uns jetzt hier mal rauskopieren. Und das ist quasi das, was wir jetzt brauchen, um das Ganze in unsere Environment Variable später einzusetzen. Das heißt, diese URL kopieren wir uns jetzt, gehen in unser Projekt und in unserem Projekt, was ich hier schon angelegt habe, da werden wir gleich ein bisschen mehr zu machen, gehen wir jetzt hier erstmal rein und sagen eine Punkt Environment Datei. Und hier sagen wir jetzt YouTube unterstrich Key. Und hier sagen wir auch YouTube unterstrich Pass. Das werden wir aber, das werde ich später wieder rausnehmen. Hier kopieren wir uns das jetzt einfach mal rein. Das heißt, wir sehen hier hinten, wir haben hier einen Key und hier haben wir unsere URL, die unserer ID quasi hinzugefügt wird. Das heißt, wir brauchen später einen YouTube Key und eine YouTube ID. So, nachdem wir jetzt die Daten haben haben, das heißt, wir wissen, wo wir die in der Google API beziehungsweise in der YouTube Data V3 API finden, können wir jetzt anfangen zu überlegen, woher bekommen wir jetzt unseren API Key. Und diese API Key hängt immer ganz unterschiedlich von Anwendungen ab. Das heißt, es gibt APIs wie beispielsweise die von Beons oder von Giphy oder so. Die sind komplett offen. Da braucht ihr keinen API Key, sondern ihr könnt einfach hingehen und alle GetUp Fragen gratis machen, ohne dass ihr irgendwas euch irgendwie registrieren müsst. Das Ganze ist halt sehr cool. Bei YouTube beziehungsweise bei Google ist es häufig so, dass das Ganze limitiert ist und ihr eine Artifizierung für eure Anwendung braucht. Und diese Artifizierung macht ihr quasi mit einem API Key. Den könnt ihr euch ganz einfach in der Google Developer Konsole quasi generieren. Der kostet auch erstmal nichts, dazu später mehr. Allerdings bei anderen Anwendungen findet ihr den teilweise ganz woanders. Beispielsweise bei Twitter müsst ihr da relativ verschachtelt in eure Nutzerprofil reingehen, um dort ein Developer Profil anzulegen, um dann wiederum euch eine Anwendung anzulegen. Teilweise muss die dann auch noch bestätigt werden, bevor ihr die verwenden könnt. Das heißt, das unterscheidet sich je nach Anwendung ganz schön, wie ihr eure Anwendung quasi identifiziert und wie ihr euch autifiziert und wie ihr dann an einen solchen Key kommt. Grundsätzlich, wir werden das jetzt, wie gesagt, mit Google machen und dazu loggen wir uns jetzt mal kurz in die Google Developer Konsole ein. So, im Falle von YouTube ist das die Google API Konsole. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Aber je nachdem, was man für einen Dienst nutzt, kann das halt auch ganz anders aussehen. Hier müssen wir in unserem Fall unsere API erst mal suchen, weil YouTube hat eine ganze, beziehungsweise Google hat eine ganze Menge. Deswegen geben wir jetzt hier einfach mal YouTube ein. Wenn wir das gemacht haben, sehen wir hier YouTube Data API V3. Da klicken wir jetzt drauf. Dann haben wir hier die API-Schnittstelle. Können hier auf Verwalten drücken. Ihr müsst das wahrscheinlich bei euch erst mal kurz aktivieren, was ich schon habe. Und hier können wir jetzt sagen Anmeldedaten erstellen. Weil heißt, wir müssen erst mal uns ein Projekt generieren. Das ist eigentlich immer so. Also egal, welche API man nutzt. Man muss erst mal erklären, was möchtest du mit unseren Daten eigentlich machen quasi. Und je nachdem, was das für ein Dienstleister ist, muss man hier auch Bezahlmethoden hinterlegen. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Grundsätzlich sagen wir jetzt erst mal YouTube Data API wollen wir nutzen. Wir wollen das in einem Web-Server verwenden. Wir wollen eigentlich auf öffentliche Daten, also die Subscriber-Daten zugreifen. Und das generieren wir uns jetzt. Und jetzt haben wir hier so einen Schlüssel. Als Information für euch, ich blöre den jetzt nicht aus. Dieser Schlüssel ist allerdings geheim. Bei mir ist es jetzt für dieses Tutorial nicht so wichtig, weil ich dieses gesamte Projekt quasi und damit auch den API-Key lösche in dem Moment, wenn das Projekt online geht. Was heißt, es ist schon lange wieder gelöscht, wenn das Projekt online geht. Diesen Key solltet ihr niemals irgendwo öffentlich posten. Was heißt, irgendwo öffentlich im Frontend-Code, irgendwo in eurem Git-Repository. Das sollte geheim sein. Dazu haben wir ja diese Environment-Geschichte. Und wir sollten auch später, solltet ihr hingehen, wenn ihr das in Production nutzt und zum Beispiel euren Server schützen. Was heißt, hier eine IP-Adresse eures Servers hinterlegen, sodass niemand anderes darauf zugreifen kann. In unserem Fall reicht uns dieser Schlüssel allerdings einfach so. Was heißt, wir können jetzt hier drauf gehen. Hier habe ich den schon erstellt. Und hier hinten haben wir jetzt unseren Schlüssel. Den kopiere ich mir jetzt einfach raus und öffne nochmal Visual Studio Code hier in unserer Environment-Datei. So, hier in unserem Server haben wir jetzt hier quasi hier unseren API-Key, beziehungsweise unseren YouTube-Key hier oben. Da füge ich jetzt einfach diesen String ein, speichere das Ganze ab. Und jetzt haben wir diese beiden Werte, die wir später brauchen. Das hier ist wie gesagt nur so eine Art Notiz. Das flaschen wir gleich raus und verwenden das richtig in unserem Server. Was wir jetzt als erstes mal machen müssen. Hierzu gehen wir in unsere Package-Json. Und bei Scripts fügen wir erstmal hinzu, dass wir einen Startbefehl haben. Und dieser Startbefehl ist node-app.js. Was heißt, diesen Befehl sollen wir eingeben, wenn wir unseren Server starten wollen. Außerdem brauchen wir einige Tools, die wir jetzt installieren müssen. Dazu sagen wir NPMI. Axios, das wird unser Framework, mit dem wir unseren Request an die Google API starten. Dann .environment. Damit können wir auf unsere Environment-Variable zugreifen. Und Express ist quasi einfach nur unser Server. Diese drei Tools installieren wir uns jetzt, also diese drei Libraries. Und die sollten jetzt hier bei Dependencies auch tauchen, wie ihr seht. Hat das wunderbar geklappt. Das Ganze können wir jetzt auch so einfach mal abspeichern und so lassen. Und können wir jetzt eigentlich hier auch schließen. Das nächste, was wir nämlich brauchen, ist erstmal unsere App. Was heißt, wir brauchen hier ein neues File. Und sagen hier App.js. Das Ganze können wir so einfach jetzt erstmal übernehmen. Und ich kopiere uns hier die beiden Express-Standard-Variablen rein. Was heißt, wir importieren uns erstmal Express. Dann erstellen wir ein neues Express-Objekt mit App, also als App quasi. Außerdem müssen wir noch unsere .environment-Geschichte installieren. Damit können wir später auf Process.environment. irgendwas zugreifen, was quasi hier in diesem File liegt. Ganz wichtig ist allerdings, wenn ihr so ein File verwendet, also so ein .environment-File, dann macht unbedingt noch ein .gitignore und schließt das quasi aus .git aus. Sodass dieses File niemals mit bei euch in eurem .git-Repository landet. Das wäre wirklich, wirklich schlecht, wenn das öffentlich wird. In unserem App.js-File können wir jetzt allerdings noch ein bisschen was erweitern. Und zwar sagen wir jetzt als erstes, wir wollen dann unsere App, die wir ja definiert haben, starten. Und hierzu brauchen wir jetzt Process.environment.port. Also wir wollen das auf einen bestimmten Ports starten. Hier drin starten wir jetzt unseren Server einfach. Und den kann ich jetzt hier, das kopiere ich mal eben rüber, zack. Das kopiere ich mir hier rein. Aber diese Port-Variable existiert hier drin noch nicht. Was heißt, die müssen wir noch hinzufügen. Und sagen hier Port 3000. Und jetzt wird quasi dieser Befehl durch 3000 ersetzt. Wenn wir das Ganze jetzt so abspeichern, ich hier das Ganze mal mit npm run start starte, dann wird das jetzt hier erfolgreich geloggt. Was heißt, ihr seht hier unten auf localhost.port3000 wird unser Server gestartet. Das funktioniert also schon mal wunderbar. Allerdings wollen wir das Ganze jetzt hier relativ gut aufbauen. Und wenn man mit Node arbeitet, dann sollten solche Routen immer in einem Subfolder sein. Das heißt, wir definieren uns jetzt hier ein Folder namens Routes und hier drin ein File namens YouTube.js. Und hier drin wird quasi später unser ganzes API-Handling betrieben. Und hier importieren wir uns jetzt einfach nur diese YouTube-Route quasi. Und zwar importieren wir einmal das YouTube-File, was wir hier jetzt gerade erstellt haben, und definieren das als Subroute namens slash YouTube. Und hier importieren wir halt das, was aus diesem File rauskommt. Das Ganze speichern wir jetzt ab und sollte so funktionieren. Hier in unserem YouTube-File müssen wir jetzt allerdings einiges machen. Und zwar als erstes importiere ich hier wieder einen ganzen Batzen Routen. Und zwar einmal Express. Dann definieren wir uns hier ein neues Route-Objekt. Das ist eine Abhängigkeit von unserem Express. Dann File System von Node und Axios. Das Ganze soweit erstmal ganz gut. Und jetzt können wir unsere Route erstellen. Und dazu kopiere ich mir wieder was rein. Und zwar sage ich Route get einfach leer. Was heißt, wir haben, sobald wir quasi in unsere App auf YouTube zugreifen, soll diese Funktion hier ausgeführt werden. Und diese Funktion macht gerade erstmal nicht sonderlich viel, sondern wir senden hier jetzt einfach mal SendTest zurück. Speichern das Ganze so ab. So würde es aber noch nicht funktionieren, sondern wir müssen hier unten jetzt auch noch dieses Modul, unser Router-Modul exportieren. Und wenn wir das Ganze jetzt so speichern und hier unseren Server starten und ich dann auch den Server mal kurz aufrufen kann, dann sehen wir jetzt hier, wenn ich eingebe, localhost, Doppelpunkt 3000 slash YouTube, kriegen wir Test zurück. Und wenn ich hier irgendwas anderes eingebe, würden wir was anderes zurückkriegen. Das funktioniert also auch schon mal ganz gut. Jetzt beende ich unseren Server und jetzt können wir uns hier mal darum kümmern, dass wir auf Axios zugreifen. Hierzu nutzen wir unser Axios-Objekt, sagen get und hier sen. Das heißt, wenn unser Call erfolgreich war, soll etwas passieren. Und bei sen machen wir jetzt einfach Response. Das wollen wir handeln. Und wir wollen unseren Response als JSON zurückgeben. Und hierzu müssen wir jetzt unseren Response erstmal mappen. Was heißt, wir sagen Const Data. Was heißt, das Data-Objekt aus Response wollen wir jetzt mappen. Und dieses Data-Objekt, das ist später unser YouTube-Objekt, das wollen wir returnen an unsere Router, beziehungsweise an den Client, der diese API-Schnittstelle von unserem Backend anfragt. Was wir jetzt hier drin machen müssen in diesem Get, ist, wir stellen uns einen Template-String, gehen jetzt hier in unsere Environment-Variable, kopieren uns hier diesen Pass raus, löschen das hier, weil das brauchen wir nicht mehr, ist ja nur ein Notizzettel gewesen, und kopieren uns hier diesen Pass rein. So würde das allerdings noch nicht funktionieren, sondern wir wollen das ja möglichst dynamisch haben. Das heißt, wir machen das hier mit Template-Strings in Abhängigkeit und nehmen unseren Key und unsere anröstliche Geschichte, gehen hier in App, kopieren uns das mal kurz raus, so, machen das hier rein, das da rein, nehmen jetzt hier unsere YouTube-ID, sagen hier wollen wir unsere YouTube-ID verlinken und unseren YouTube-Key wollen wir hier hinten verlinken. Das heißt, wir sagen hier Key gleich unseren YouTube-Key. So kann quasi jeder Entwickler mit eurem Code arbeiten und weiß, was hier drin stecken sollte. Allerdings kann es halt so sein, dass der später nie die korrekten Keys sieht. Also, dass der später quasi auf dem Server ersetzt wird und dass selbst die Entwickler quasi keinen Zugriff auf diese YouTube-Keys oder die API-Keys haben, sodass man einfach sicherer ist, vor allem, wenn man Open Source auf einem öffentlichen Repository arbeitet. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, so, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir wollen das Ganze jetzt mal hochfahren, also npm run start, dann fährt unser Server hoch. In dem Moment wird unsere API-Route aktualisiert und wenn ich hier durchscrolle, sehen wir exakt das YouTube-Objekt. Allerdings haben wir hier drin ja Items. Wir wissen immer, es gibt nur ein Item, weil wir mit einer ID suchen und hier drin gibt es Statistics. Was heißt, wir können jetzt unseren Response ein bisschen optimieren, indem wir hier sagen Data, hier drin sagen wir Items und greifen immer auf das erste Item zu und dem mappen wir jetzt Statistics auf Statistics und speichern das Ganze ab, starten unseren Server einmal neu. Und in dem Moment, wenn ich jetzt unseren Server nochmal aufrufe, kriegen wir immer nur unser Statistics-Objekt zurück, was deutlich besser ist. Und damit haben wir es quasi geschafft. Immer wenn ich jetzt R5 drücke, haben wir einen neuen Request an die Google API geschickt. Allerdings ist das Ganze ja problematisch, weil wir haben hier nur ein begrenztes Limit. Und was das genau bedeutet und wie wir diese Problematik umgehen können, das kommt jetzt. Und das müssen wir erstmal besprechen, besser gesagt. In Google ist es wie gesagt 10.000 Quonker Tokens und wir haben einen Use Case, wo wir ja quasi einfach nur einen Subscriber Account darstellen wollen. So oft aktualisiert er sich nicht und wir könnten jetzt also ziemlich einfach hingehen und uns einen kleinen Cache bauen. Das heißt, wir wollen, wenn wir das erste Mal diese Route öffnen, die Daten von YouTube abfragen, sie bei uns lokal auf unserem Server zwischenspeichern, um dann, wenn wir das nächste Mal anfragen und die Daten noch nicht sonderlich alt sind, nicht YouTube zu fragen, sondern direkt unseren Server und die Daten von unserem Server zu pullen. Das hat drei Vorteile. Nummer eins, wir sparen Quonker Tokens und wir können sehr gezielt sagen, wie viele Tokens wir pro Tag nutzen. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass nur einmal pro Tag ein neuer Request Call gemacht werden kann. Dann wäre es nur ein Quonker Toten pro Tag, den wir für unsere Funktionalität brauchen. Nummer zwei, wenn YouTube irgendwas ändert, wenn die beispielsweise sagen, hey, wir releasen jetzt V4 und eure Route funktioniert plötzlich nicht mehr, dann würde nicht einfach eure Webseite nicht mehr funktionieren, sondern man würde erstmal nur die gecacheden Daten laden, ohne dass der Nutzer im Frontend irgendwas merkt, dass was nicht stimmt. Ihr solltet in diesem Fall natürlich das Ganze so loggen, dass man das in Kibana oder so sieht, hey, der YouTube-Request hat nicht funktioniert, da ist irgendwas schiefgelaufen, aber das Frontend würde es nicht merken und es würde komplett gehandelt sein. Und der dritte Punkt ist, man würde schlicht und ergreifend das Ganze einfach schneller machen. Was heißt, wenn YouTube einfach überlastet ist irgendwie oder die API Probleme hat, dann würde man einfach ein Fallback haben und das Ganze optimaler ausspielen und man hätte ein bisschen weniger Latenz. Das Ganze ist ziemlich simpel und es gibt jede Menge Möglichkeiten, das zu tun. Ihr könnt das einfach in eine Textdatei schreiben, ihr könnt das einfach in eine Variable schreiben in eurem Servercode, ihr könntet es in eine Datenbank schreiben oder was ich persönlich bevorzuge ist bei so etwas, einfach eine JSON-Datei, also ein JSON-File anlegen, wo ihr dieses Objekt reinschreibt und euch dann einfach wieder rausziehen könnt. Das finde ich persönlich immer am einfachsten vom Handling, weil JSON finde ich persönlich viel übersichtlicher als irgendeine Textdatei und teilweise ist eine Datenbank dafür extra aufzusetzen. Ein bisschen überdimensioniert finde ich persönlich und wie das mit Performance aussieht, ist halt immer relativ. Da müsst ihr einfach testen, ob bei euch damit Probleme auftreten und wenn es Probleme gibt, müsst ihr natürlich eine andere Lösung nehmen. Ich persönlich hatte mit JSON jetzt noch nie Probleme, selbst in großen Anwendungen hat das immer wunderbar funktioniert. Falls ihr da andere Vorschläge habt oder ganz andere Vorgehen, dann schreibt das mal in die Videokommentare. Wir überlegen uns jetzt erstmal eine Möglichkeit, wie wir einen Request so timen, dass wenn der zu alt ist, wir einfach unseren Neuen generieren und wenn der noch jung genug ist quasi, dass wir einfach unseren Cache ausspielen. Und damit legen wir jetzt direkt los. So um diese Problematik mit dem besseren Umgehen mit Request zu handeln, müssen wir jetzt einiges hinzufügen zu unserem aktuell ziemlich minimalistischen Code. Und so als erstes brauchen wir ein paar Variablen. Wir haben hier einmal ein Cache Name, dann haben wir einen Cache und einen Cache Timer, der ist aktuell auf 1000 Millisekunden. Wir wollen das später aber auf eine Stunde machen. Was heißt, wir schreiben das so. So ergibt das uns quasi eine Stunde. So, jetzt ein bisschen deutlicher. Und wir wollen quasi einen Cache haben, der diese Payload hier ja wie gesagt nimmt, speichert und bei jedem Request an unserer YouTube Route quasi kontrolliert. Hey, ist der Request oder sind unsere Daten schon älter als eine Stunde. Wenn das der Fall ist, dann aktualisiere unseren Cache, sonst lass den einfach so, weil das macht keinen Sinn, den zu aktualisieren. Und der Vorteil ist, wenn wir das mit einer Stunde machen, können wir pro Tag haben wir 10.000 Tokens. Das heißt, wir verbrauchen mit unserer Route mit derselben Funktionalität pro Tag nur 24 Maximum. Egal wie viele Leute auf unsere Route zugreifen, wir verbrauchen 24. Und das ist halt sehr praktisch, weil so kann man ganz genau planen, wie viele Kosten durch diese Route jetzt beispielsweise entstehen. Und das ist einfach wichtig, wenn ihr groß skaliert und nicht genau wisst, wie viele Request ihr beispielsweise kriegt. Das erste, was wir jetzt brauchen, ist eine Möglichkeit, einen Cache zu schreiben. Und dazu brauchen wir eine Funktion. Diese Funktion heißt einfach write.json.cache. Und die erwartet von uns einen Namen, name, data. Das heißt, einen Namen und Daten, die sie schreiben sollen. Das erste, was wir jetzt machen, ist, wir müssen kontrollieren, gibt es unseren Cache-Ordner. Wir haben hier ein File, also beziehungsweise ein Ordner, der heißt Cache. Und hier drin haben wir einen Cache-Name. Das ist YouTube.json. Wir speichern das ja, wie vorhin besprochen, einfach nur in einem JSON-Objekt. Und deswegen müssen wir jetzt als erstes gucken, okay, gibt es oder findet FS, also unser File-System, unseren Cache. Und dazu greife ich jetzt einfach hier drauf zu und sage, wenn unser Cache nicht existiert, dann erstelle uns mit mk.diasync bitte unseren Cache. So, wenn ich das Ganze jetzt so abspeichere, das Ganze mal hier unten jetzt einfach in unsere Datenabfrage reinschreibe, was heißt zack, zack und hier Cache-Name hinzufüge und vor allem auch Statistics hinzufüge, weil die wollen ja auch die Daten quasi, soll ja auch in diese Funktion übergeben werden. Und ich jetzt hier unseren Server neu starte und ich das Ganze einmal aktualisiere, haben wir jetzt quasi einen Call erstellt und ihr habt hier gesehen, unser Cache wurde hier oben, unser Cache-Ordner, unsere Directory wurde angelegt. Wir können uns das jetzt auch noch ein bisschen schöner machen, indem ich jetzt hier in unsere Route noch so einen kleinen Console-Log reinschreibe. Der ist farbig, also jeder dieser Befehle hier ist quasi eine Farbe, der das folgende danach quasi einfärbt. Und wenn ich das jetzt so abspeichere und unseren Server nochmal neu erstelle und jetzt nochmal auf die Route zugreife, dann seht ihr hier, wir kriegen hier unten so einen kleinen Console-Log, das ist immer ganz praktisch, wenn man als Entwickler unterwegs ist, sodass man weiß, was hier gerade passiert. Das heißt, unser Befehl ging durch, unser Cache wurde erstellt, allerdings haben wir noch keinen Cache geschrieben, weil diese Directory ist leer. Das Nächste, was wir jetzt nämlich machen müssen, ist, sobald unser Cache erstellt ist, wollen wir eine neue Datei schreiben und hier drin müssen wir einiges Handeln. Als erstes machen wir hier mal kurz ein bisschen Error-Handling. Das wird nämlich benötigt, sonst würde er uns failen. Das heißt, wenn ein Error gefunden wurde, dann soll er uns den bitte einmal loggen. Allerdings ist das kein gutes Error-Handling. Also hier sollte man durch, wenn man das in Production macht, wie gesagt, einen vernünftigen Middleware-Service nutzen, der einem Errors in eine Log-Datei schreibt, sodass man das auch mit einem Tool wie Kibana oder so was, einfach auslesen kann. In unserem Fall wollen wir, dass unsere Datei hier etwas reinschreibt. Dazu erstellen wir uns jetzt einen Template-String und sagen, okay, als erstes wollen wir das in unsere Cache-Directory reinschreiben und hier übergeben wir ja quasi einen Namen unseres Caches an diese Funktion. Das wollen wir nutzen und jetzt müssen wir natürlich noch unsere Daten handeln und wir müssen die, wenn wir die in eine Cache schreiben wollen, in eine JSON-Datei schreiben wollen, immer mit JSON.stringify zu einem JSON komprimieren und hier nehmen wir jetzt einfach unsere Daten und speichern das Ganze so ab. Jetzt müssen wir unseren Server einmal runterfahren und einmal neu hochfahren und in dem Moment, wenn ich jetzt hier nochmal aktualisiere, schreiben wir quasi eine Datei. Ihr seht hier ist youtube.json aufgetaucht. Hier drin liegt jetzt quasi unser JSON-Objekt und damit können wir schon eine ganze Menge machen. Das heißt, wir schreiben jetzt schon mal unseren Cache. Allerdings habe ich ja gesagt, wir wollen das hier vergleichen, dass wir nur jede Stunde quasi darauf zugreifen. Das heißt, wir müssen hier irgendwie auch bei writeCache mit reinschreiben, dass wir gerade neuen Cache erstellt haben. Und hierzu sagen wir jetzt, wir haben hier unser Statistics-Objekt quasi erstellt, aber das wollen wir später nicht nutzen, sondern wir sagen, wir erstellen uns hier ein Data-Objekt und dieses Data-Objekt besteht einmal aus einem Date-Key und einem Data-Key. Und das Data-Key ist in unserem Fall einfach Statistics und unser Date-Key ist einfach New Date und hier Punkt Get Time. So, und das Ganze speichern wir jetzt ab, beziehungsweise Statistics hier unten ersetzen wir durch Data und das Ganze speichern wir jetzt ab und schließen hier unseren Server mal kurz und starten den neu. Und in dem Moment, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich lade jetzt unser Skript neu, habe ich hier in unserem YouTube-JSON ein Date-Key mit einer Zahl und diese Zahl ist quasi der Zeitpunkt, wann unser Cache geschrieben wurde. Und das können wir jetzt nutzen, um das Ganze zu vergleichen. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Funktion, die unseren Cache liest. Read JSON-Cache. Das sollten wir vielleicht JSON-Cache. So, und hier brauchen wir einen Namen. Das heißt, welchen Cache soll diese Funktion lesen? Und hierzu sagen wir jetzt einfach, okay, wir müssen mit Try and Error arbeiten. Das heißt, wir cachen, äh, catchen hier unsere Errors, die wir kriegen. Und in dem Fall, wenn wir ein Error kriegen, dann returnen wir undefined. Das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar wollen wir diese Funktion später nutzen, zu kontrollieren, wenn jemand auf diese Route zugreift, hey, gibt es schon einen Cache? Wenn nein, soll er uns einfach undefined zurückgeben und wir erstellen uns erstmal den Cache. Und wenn es diesen schon gibt, dann soll er versuchen, den Cache zu lesen. Und den Cache zu lesen, der ist, das ist genauso simpel wie vorher. Was heißt, wir greifen hier auf unser schon bekanntes FS-Objekt zu, was heißt, Filesystem, ReadFileSync. Hier greifen wir auf unsere Cache-Directory zu, auf den Cache-Namen, ja, mit UTF-8. Und das Ganze müssen wir jetzt natürlich, weil das kommt als String zurück. Und das Ganze müssen wir jetzt noch einmal kurz parsen zu JSON und dann hier einfach returnen. Das heißt, diese Funktion gibt uns jetzt unseren Code zurück. Und hier kann ich jetzt sagen, okay, wenn das hier undefined ist, also diese Funktion uns undefined zurückgibt und hier unseren Namen, wo haben wir unsere Namen? Hier oben unseren Cache-Namen als Parameter übernimmt. Das heißt, wenn unser Cache noch nicht existiert, dann soll er bitte das machen, was wir hier unten ja schon vorgesehen haben. Und wenn unser Cache existiert, dann soll er den bitte einmal kurz lesen. Das heißt, dass hier so einmal kurz gelesen werden. Und hier können wir dann nämlich einfach sagen, res.json und geben hier unseren Cache-Name zurück. Und hier in unserem Cache sagen wir einfach Data. So, was heißt, das Ganze speichern wir jetzt erstmal ab. Und wenn ich jetzt hier aktualisiere, dann kriegen wir unseren Cache zurück. Ganz normal. Allerdings jetzt über diesen Else-Befehl, weil der ja schon existiert. Wir müssen jetzt noch dazu schreiben, dass wir eine Funktion haben wollen, nämlich die uns das einfach nur vergleicht. Cache ist zu alt. Was heißt, ist das zu alt? Oder ja, im Prinzip ist das einfach zu alt. Ist unser Cache zu alt und müssen wir einen neuen Cache schreiben. Und diese Funktion gibt uns ein True-False zurück. Was heißt hier oben, entweder wenn das undefined ist oder wenn diese Funktion mit unserem Read-Cache, was heißt, das könnten wir eigentlich noch ein bisschen optimieren. Wir sagen hier mal Cache-Data gleich Cache-Name. Und wenn Cache-Data undefined ist, soll das so zurückgegeben werden oder wir geben komplett das hier zurück. So sieht das doch schon deutlich besser aus. Und hier sagen wir, wollen wir Data zurückgeben. Und hier in unserer Cache-Alt-Funktion wollen wir Date zurückgeben. Das heißt, in dieser Funktion kriegen wir hier Date, nicht Data, sondern Date. Und hier returnen wir eine kleine Funktion. Und zwar sagen wir, new date.getTime. Das heißt, wir holen uns erstmal die aktuelle Zeit, die gerade auf unserem Server läuft. Und sagen hier, minus new date von unserem Date, das wir haben. Und wenn das Ganze, beziehungsweise diese beiden Sachen größer sind, als unsere Cache-Time. Das heißt, in unserem Fall wären das hier oben diese 60 mal 60 mal 1000. Wenn das Ganze größer ist, dann soll er uns ein True zurückgeben. Wenn das kleiner ist und damit zu alt, zu jung, dann soll er uns False geben. Das heißt, das haben wir zu abspeichern. Und wenn ich jetzt unseren Server einmal beende und das hier neu starte und ich das hier jetzt reinziehe und hier einmal aktualisiere, dann kriegen wir hier immer ein Neu-Geladen. Aber wenn ich jetzt hier in YouTube.json gehe und hier nochmal uns das lade und wir sehen hier oben unseren Time-Token. Und jedes Mal, wenn ich das aktualisiere, seht ihr, die Daten hier verändern sehe ich. Der Time-Token bleibt ziemlich gleich. Und wir können das jetzt mal kurz vergleichen, wenn wir das nämlich sagen, okay, wir wollen unsere Dateien neu schreiben, wenn die älter sind als eine Millisekunde, beziehungsweise als eine Sekunde. Deswegen machen wir das jetzt mal auf 1000 und laden unseren Server einmal neu. Gucken hier unseren YouTube an. Und wenn ich das jetzt aktualisiere, dann seht ihr, dass das öfter mal hier sich ändert. Nämlich immer nach genau einer Sekunde kriegen wir hier einen neuen Weg. Und in dem Moment lädt er quasi diese Datei einmal neu. Okay, das heißt, wenn wir hier 60 mal 60 mal 1000 haben, laden wir 24 mal am Tag unsere Daten neu, verbrauchen also nur 24 Tokens und gehen damit also sehr verantwortungsbewusst um. Wenn wir 10.000 Tokens haben, könnten wir natürlich noch viel häufiger sein. Man könnte auch sagen, frag halt alle 10 Minuten mal nach oder so. Dann werden wir immer noch weit davon entfernt vom Limit. Aber wie gesagt, man sollte halt gucken, wo es Sinn macht, wo man einsparen kann. Weil selbst wenn man so etwas halbiert, wenn man einfach nur sagt, okay, cache einfach die letzten 5 Minuten und aktualisiere das sonst, wenn das sinnvoller ist, dann kann man trotzdem mit diesem Request-Handling einfach besser umgehen. Und das Schöne ist, man hat hier einen Cache, den man später einfach löschen kann. Hier natürlich gibt es natürlich jede Menge Alternativen. Also man kann das Ganze auch in einer Variable speichern. Das heißt, wir können auch hier eine Cache-Variable erstellen, wo das reingeschrieben wird. Und dann wird das quasi jedes Mal neu gestartet. Wenn der Server neu hochfährt, ist der Cache quasi leer. Das könnte man aber auch zum Beispiel einfach in der App.json sagen, dass man hier sagt, löscht einfach mal diesen Completed Directory, damit, wenn der Server neu hochfährt, das einmal gesperrt ist bzw. komplett gecleared wird. Aber ich würde das grundsätzlich immer mit Jasons machen, finde ich am interessantesten. Man kann es natürlich auch eine Datenbank schreiben, aber da muss man nochmal einen externen Dienst machen. Und so ist der Cache, finde ich, persönlich immer ganz angenehm gelöst. So, wir sind schon wieder am Ende dieses Tutorials. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ihr habt ein bisschen besseres Verständnis darüber, wie man mit einer API arbeitet und welche Feilstricke und welche damit verbundenen Lösungen es da gibt. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritiken oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung ganz oben linkt zu Discord oder zu anderen Social-Netzwerken. Ihr könnt auch diesen Channel mit Affiliate-Links da unten unterstützen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao. Bis dann, viel Spaß und ciao.